Oh mein Gott, hast du schon den neuen gesehen? Was? Wo? Na ihr? Hallo? Was denn? Da kommen noch mehr. Hallo? Hi! Oh, hi. Wie heißt du denn? Stockholm? Schön, dich kennen zu lernen. Was denn? Hi. Wow, du hast ja viele Fächer. Ähm, danke? Äh, die hab ich doch auch. Äh, das ist was anderes. Guck mal, der sieht so gut aus. Da kann man so viel reintun bestimmt. Ähm, danke? Oh mein Gott, hat er mich gehört? Hihihihi. Hihihihi.